Hallo zusammen, das ist Moritz und ich bin Selina. Wir erzählen euch heute, weshalb wir unseren Job so lieben. Kommt mit, wir zeigen es euch. Als Fahrerbein begleite ich die Kinder im Alltag und sie in ihrer Entwicklung unterstützen. Ich finde es toll, dass man in der Ausbildung im Kinderhaus BABAR Events planen kann, wie zum Beispiel der Rebenlichtleumzug und man auch als Mensch im Fokus steht in der Ausbildung. Ich finde es cool, dass ich mein theoretisches Wissen über die Entwicklung der Kinder in der Praxis 1 zu 1 beobachten und anwenden kann. Was ich am meisten schätze, ist, dass ich die Kinder von der Babygruppe bis zum Kind zu geben begleiten kann. Bei uns ist immer mega viel los. Neben dem, dass wir mit den Kindern turnen oder in den Wald gehen, haben wir in der Krippe auch Hasen und Chinchillas und vieles mehr. Neben der Betreuung der Kinder ist auch die Kommunikation mit den Eltern und die Planung von unserem Alltag ein wichtiger Teil von meinem Beruf. Wenn es dir gefallen hat und ein Teil von unserem Teamwork sein, kommt so unser Kinderhaus BABAR. Und drauf, dass wir gef peuvent slapen. Über die Kinderfallen. Nur aus.